Die Rentenerhöhung 2020 ist beschlossen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 22. April 2020 hat die Bundesregierung in einer Kabinettssitzung die Rentenerhöhung 2020 formell beschlossen. Wir hatten ja vor kurzem ein Video gedreht zum Thema Rentenerhöhung 2020. Und da hat ja der Hubertus Heil, das wissen Sie ja vielleicht noch, am 20. März 2020 die Rentenerhöhung bekannt gegeben. Und zwar mit dem Entwurf der sogenannten Rentenwertbestimmungsverordnung. Und zum 01.07.2020 soll ja oder wird die Rente im Westen um 3,45% und die Rente im Osten um 4,2% erhöht. Gut, hier nochmal die Zahlen für die Rentenerhöhung zum 01.07.2020 schwarz auf weiß. Und zwar hatten wir oder haben wir bis zum 30.06.2020 einen Rentenwert Ost in Höhe von 31,89 Euro. Der ist jetzt aktuell und ab dem 01.07.2020 wird er dann 33,23 Euro betragen. Er gibt eine Veränderung zugunsten des Rentenwerts Ost von 4,2%. So, das ist der Osten. Im Westen sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da haben wir derzeit einen aktuellen Rentenwert von 33,05 Euro. Der erhöht sich zum 01.07.2020 auf 34,19 Euro. Macht einen Unterschied zugunsten des Rentenwerts West ab dem 01.07.2020 von 3,45% aus. Was wir aber natürlich hier noch nicht draufstehen haben, aber was Sie bitte nicht vergessen dürfen ist, in diesem Verhältnis ändert sich natürlich auch der Hinzuverdienst oder die Einkommensgrenze für die Witwenrente. Die erhöht sich zum 01.07.2020 auch. Mit dem heutigen Beschluss der Bundesregierung wird das formelle Gesetzgebungsverfahren für die Rentenerhöhung 2020 in Gang gesetzt. Mit dieser Rentenwertbestimmungsverordnung wird die Rechtsgrundlage geschaffen für die Rentenerhöhung und in Kürze wird der Bundesrat, das ist eine reine Formsache, noch sein grünes Licht geben für diese Rentenerhöhung, die zum 01.07.2020 kommen wird. Dann kommen natürlich auch für ca. 22 Millionen Rentenempfänger die neuen Rentenbescheide. Und da sagen wir, prüfen, prüfen und nachrechnen. Und wenn Sie damit nicht klarkommen, mit den Bescheiden, die zu prüfen, dann können Sie gerne unser Beratungs- oder Berechnungsangebot auf www.rentenbescheid24.de nutzen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Die